Freitag der 13. einen schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie haben diesen besonderen Tag heil überstanden und sitzen jetzt ganz entspannt auf Ihrem Sofa. So wie das die Werder-Verantwortlichen vielleicht auch gerade tun. Die können den Tag heute nämlich als Glückstag verbuchen. Warum, das erfahren Sie in der nächsten halben Stunde. Und das außerdem. Mit der 471. Schaffermahlzeit endete am Nachmittag eine jahrhundertealte Tradition. Vielleicht ist sie auch der Beginn einer neuen. Denn erstmals in der Geschichte dürfen Frauen teilnehmen. Ehrengast ist in diesem Jahr Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Und auch wenn nun alles ein bisschen lockerer wird, das Fernsehen muss noch immer draußen bleiben. Meine Kollegin Susanne Hausmann durfte aber den Einzug der ersten Frauen in den Festsaal begleiten. Die Kollegin sagt, ein zaghafter Anfang im Jahr 2015. Da muss man gedanklich noch mal ein Ausrufezeichen setzen. Ist gemacht. Eine der vier starken Frauen, das haben wir eben schon kurz gesehen, ist die saarländische Ministerpräsidentin. Auch sie darf sich unter die Männer mischen. Auf persönliche Einladung von Bürgermeister Jens Börnsen. Mein Kollege Immo Maus hat mit ihr gesprochen. Ja, fünf Stunden sitzen, das ist schon immer so. Es gibt immer sieben Gänge. Das Schaffermahl findet seit 1545 immer am 2. Freitag im Februar statt. Eingeladen werden immer 100 kaufmännische und 100 seemännische Schaffer und etwa 100 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Das traditionsreiche Brudermahl hat eine lange Geschichte, wie uns Susanne Hausmann zeigt. Und auch auf unserer Internetseite haben wir alle Bilder und Informationen rund um die Schaffermahlzeit noch mal zusammengestellt. Zum Nachlesen auf www.butenundbinnen.de Der Streit zwischen Sozialbehörde und Bremer Staatsanwaltschaft um die Ermittlungen in einem Fall des möglichen Kindesmissbrauchs geht weiter und der Ton wird schärfer. Mehr dazu gleich nach den Kurznachrichten. Der Streit zwischen Staatsanwaltschaft und Sozialbehörde geht in die nächste Runde. Der Fall noch mal kurz zum Mitschreiben. Das Amt für Soziale Dienste ruft bei der Staatsanwaltschaft an und meldet einen möglichen Kindesmissbrauch. Die Behörde will die Ermittlungen aufnehmen, doch dann verweigert das Amt die Herausgabe von wichtigen Daten. Der Mitarbeiter des Amtes habe lediglich ein Beratungsgespräch führen und keine Tat anzeigen wollen. Diese kuriose Stellungnahme hat gestern ein Sprecher der Behörde bei uns in der Sendung abgegeben. Ja, und prompt hat die Staatsanwaltschaft darauf reagiert. Uwe Wichert und Immo Maus berichten. Und darüber werden wir dann sicherlich auch berichten. Der katholische Reliquienkult sei Dreck. Das islamische Zuckerfestblödsinn und Buddha-Figuren zeigten einen alten, fetten Mann. Mit diesen Äußerungen ist der Bremer Pastor Olaf Latzel über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden. Gestern Abend musste der Kirchenausschuss darüber beraten, wie man denn mit der Causa Latzel vorgehen wolle. Das Ergebnis ist wenig überraschend. Sebastian Manns berichtet. Freitag, der 13. ein Unglückstag von wegen. Für Werder ist es ein echter Glückstag. Slatko Junusowitsch hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und bis 2018 unterschrieben. Also vier Siege in Folge, dazu den wichtigen Österreicher verpflichtet. Da kann ja gegen Augsburg morgen eigentlich nichts mehr schief gehen, oder Felix Krömer? Berufe, die vom Aussterben bedroht sind. In unserer Wochenserie haben wir Menschen kennengelernt, die sich trotzdem dafür entschieden haben. Die drei Buchbinderinnen, die sich mit einem kleinen Laden selbstständig gemacht haben. Den Pferderücker, für den es nichts Schöneres gibt, als mit seinem Hengst in den Wäldern zu arbeiten. Oder die Drechslerin, die einzige Auszubildende in ganz Deutschland. Heute hat meine Kollegin Martina Falkenberg einem Kunstschmied über die Schulter geschaut. Tausende Fans wollen heute Abend ihr Idol sehen. Peter Maffay beendet seine Deutschland-Tournee hier in Bremen in der ÖVB-Arena. Auf die Ohren gibt es die großen musikalischen Meilensteine der über 40-jährigen Karriere des Künstlers. Maffay selbst freut sich auf den Abend. Bremen sei für ihn ein Tor zur Welt. Mein Kollege Janosch Keresdi hat den 65-Jährigen kurz vor seinem Auftritt Backstage getroffen. Danke, Janosch. Wir werden das natürlich überprüfen hier morgen Abend um halb acht. Und hier geht es weiter mit unserem Wettermann André Pfitzner. Und der hat mir verraten, er war heute mit einem Kameramann unterwegs. Der war eine rheinische Frohnatur. Keine Ahnung, was er meint. Sehen Sie gleich selbst. Wir sehen uns morgen Abend um halb acht wieder. Ganz schönen Abend. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017